Hallo und herzlich willkommen, ich bin Charlie von Yusha. Ja, zuletzt ist mir die Aufnahme wieder abgekackt, weil ich wieder zu weit rüber gegangen bin, ich die nie... Ähm... Wir haben jetzt mit allmöglichen Leuten gesprochen in Wunderhorn. Sind aber nicht viel weiter gekommen. Ja, da war ja niemand. So, ähm, hab ich hier alles eigentlich durch? Ja, da komm ich nicht hin, weil da verlaufe ich mich. So, wir brauchen jetzt erstmal... Wir reden nochmal kurz mit Ben. Ben hilft uns immer. So, ich weiß, was du meinst. Wir sind definitiv nicht hier von den Villagern. Also, wie es oder nicht, das ist wo die Kür ist und wir bleiben, bis wir ihn finden können. Genau. Wir bleiben nur so lange, wie es dauert. Und dann finden wir unsere Weg nach Hause. Woher das auch für dich ist, wir finden können. Ich werde sicher sein. Okay, das klingt gut. Ja, das klingt gut. Ich habe eine gute Idee. Danke. Kennt die Königin vielleicht Ben irgendwoher? Ist das vielleicht... Ben vielleicht die Königin... Genau, Ben ist vielleicht die Königin vom Sohn. So, sehr schön. Ist Ben vielleicht der Sohn von der Königin oder so? Den wäre sie aber mit... Ist ja... Okay, erstmal weiter. Ich habe einen Magistin gefunden. Well, Sorcerin. Ich habe sie gefunden und sie kann die Kürze machen. Aber es ist... kompliziert. Apparently it's not a sickness. It's a curse. A curse? Oh dear. Who would do that to your grandpa? Winfrieda? No. Maybe. I don't know. But I'll need some time to find all the things needed to break it. Of course. Of course. Take as long as you need. Ich meine, er hat ja dieselbe Haarfarbe wie sie. Nein, Quatsch. Es ist ja nur ein Teddy. Um... Do you really think Winfrieda is the one who made my grandpa ill? Well... Why would she hurt grandpa, though? Unless... Unless she wanted me to leave the farm. If somehow she knew I had this power... Uh-huh. She would want you to leave so she could kidnap you. I think you're onto something here. But why not just come into the farm? Why not just kidnap me there? Hmm. The family portrait. I know who it is. Really? Yep. I showed it to the minister in the church. Because he knows all about magic and stuff. That's Philip. And his daughter Janneke. Who went on to become queen. Queen? Oh, right. But now... Now Janneke is missing. And no one knows why. So I've been thinking... Winfrieda. She must have been involved in it somehow. Are you okay? You seem a bit troubled. Well, it's just... When I thought I'd recognize them. I guess it's probably not because I knew her. It's because everyone knew her. Oh. Yes. I see. I... I'm sorry. Don't worry, Ben. You'll remember more. Sooner or later. I'm sure of it. Maybe my theory is just a bit over the sea. So... 8 kilometers far away from the reality. Oops. Now I'm getting into the microphone. Because I'm here with my hands around. Although no one will ever see it. But... It's just a bit over the reality. So... I guess I'd better get back out there. Okay. Good luck. So... Um... I hope... If something was hard to find, Grandpa always said... Oh, Anna. You may as well try and find a needle in the haystack. Wouldn't it be funny if I actually... Oh, hold on. Wow. There you go. There you go. It's not so hard to find them after all, Grandpa. It is exciting to see all these new things. But I miss Grandpa a lot. Ja, gut. Also, ähm... So viel zu dem Thema. Ach, springen wir rum. Hmm. It looks like the main water feature has been switched off. Although... I believe the lever there should pump out whatever's in those pipes if I use it. I believe the lever... It doesn't look like anything. Hmm. I believe... Culture. How exciting to see all these things built about all kinds of stories and people. I hope one day someone will tell a story about me somewhere. Gut. Also... Was tun wir als nächstes? Also, wir könnten... Mal irgendwas erreichen. Das wäre schön. Ähm... Gut. In der Gasse ist nur... Die Olle. Ich glaube, in der Kirche. Ich finde, so schnell finde ich die Lösung wahrscheinlich mit dem Wunderdrachen nicht. Ich kann ja mal zur Tür gehen. Wieso stechen wir es nicht mit einer Nahl auf? Denn Drache brennt es nieder. Äh, wieso nicht? Gute Idee. Ich habe auch irgendwie noch kaum was gefunden. So, da war ich, da war ich. Die habe ich alle abgeklappert. Gut. Dann kann ich hier schon wieder raus. Ähm... Dann gucken wir mal, was wir uns hier klauen können. Also, er ist ein Depriino und Schilder und was haben wir noch? Ohr, Zapfhähne, Feuer, Kohle. Okay. Kann ich das irgendwie verdrehen? Ich dachte, ich verdrehe das ein bisschen und dann kriegt der Wasser. Äh, ich habe es verdreht, jetzt kriegt der Wasser. Wo ist der Schmied hin? Wo ist der Schmied hin, dann? Die, der Wurz. Wir schauen, um ein Ende zu dem sogenannten Beest von den Wurzeln. Beest von den Wurzeln? Wieso, er wird bald wieder zurück? Well, das ist schwer zu sagen. Ich glaube. Verrückt, dass er jetzt zwei Wochen weg ist, ich will, dass er nicht. Oh, mein Gott. W-Wut hat den Wurzeln bekommen? Hat jemand ihn für ihn? Well, ich würde sagen. Der kleine Frau von seinem Schilder ist, zu gehen in der Schilder. Allein. Nur was ist, du brauchst einen Geist für sie. Oh, ja, natürlich. Sir, du musst mir helfen, den Vater zu finden. Wirklich? Ein Vater verloren? Du solltest dich schämt, Sir. Und du? Du bist nicht besser. Du immer ihn servierst. Aber, aber... Ich bin ein Bar-Tender. Ach. Wissen Sie, warum dieser Mann so schrecklich ist? Ah, Gottfried. Besten Sie ihn, der Mann ist in Grieven. Es ist ein junger Mann, wie gesagt. Wie gesagt, die Kinder hier sind verletzt. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Wir müssen etwas machen. Wie können Sie versuchen... Wait, nicht erzählen. Hey. Hey. Head down. Mind of my own. Ugh. Pfff. Anna ist voll süß wie sie eigentlich jeden helfen will. Ah. Hey, so... Gil looks kinda like he needs another drink there. Gil will make sure I know when he needs another. Hmm. Oh, I see what you did there. Trying to play the old pipe-switch joke, eh? Oh, who? Me? No. Alright, alright, you had your fun. Out with you, so I can fix your mess now. Okay. So, he's not falling for just switching the pipes for water. I think I'm on to something by switching the pipes, though. I should think this through more carefully. Oh no. These little things are so hot. They cook the broth all by themselves. Ugh. No way. I'm not that hungry. Oh. Oh. Warum wohl? So, also er hat sein Kind verloren. Kann man ihn noch sagen? Ich höre mir wohl. Ich höre mir wohl. Hänsel. Ja, look. Vielleicht hat er uns ja eine Brutspur hinterlassen. Sorry Sir, but you're wrong. It's true. There is lots of bad. More than I ever realized. And even hiding from it on the farm didn't help me. But the thing is, there is good too. Lots of good. And, and, I'll even prove it to you. I'll find your son, Sir. I promise. Sure. As you say, little one, such youthful innocence. Is there anything you can tell me about the mill? Anything that might help? It's that witch in the mill, I'm sure of it. I'd left Hänsel right there. The place was deserted. When I got back, he was gone. And the mill was all lit up and locked tight. Oh. But, why did you leave him there? My wife, she, she hadn't been herself lately. And we were starving, she. And you left him out there? All on his own? I know I've done wrong. I'm not proud. I'm a fool. I know it now. More than anyone. I just want him back. I want to make things right. What good is it, though? Evil will have its way in this wicked world. You'll see. Sure. Das sind kinder ausgesitzt. I better get going. Nicht, dass du darüber glücklich wärst. Ich wollte eigentlich die Rohre. Kann ich da nicht irgendwo anders? Ich werde es einfach verlassen. Ah. Hm. Vielleicht kann ich nur die Bier verbrechen. Das wird Gil verbrechen. Hm. Hm. Huh? Ich konnte nicht mehr verbrechen. Ähm. Entschuldigung, Herr. Ich war nur, du weißt, ich fühlte mich ein bisschen interessiert über deine Tappen da. Ist da ein bisschen ein Block auf dem? Oder was? Hi. Stop all them brownie-types trying to steal my beer. What I'm unaware is like. Special kind of Lock. Only I can unlock when I go to poor. See? Oh, Rats. Okay, das ist auch nichts. Denn wie wäre es, wenn wir mit der Axt das Rohr aufs Schneid? No way. Okay. Ähm. Ich verzweifle hier aber ein bisschen. Passiert so selten. I'm not sure of my telekinesis will work on this. Doch, wir können auch einfach alles Gläser kaputt machen. Dann kann er auch nicht mehr trinken. Hm, hm, hm. So, er schläft. Er ist depri. Er redet nicht mit mir gut. Da weiß ich nicht weiter. Ähm. Von der Mühle haben wir auch nicht viel erfahren. Nur halt, dass... Hänsel jetzt da drinnen ist. Hänsel jetzt da drinnen ist. Yes? It's you! Uh, yes. Well, I... I met you earlier and that book. A child. K, 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 k. Uh, well. Yeah, that's me. See, the book you borrowed. I was hoping... Ooh, what good timing. Oh, don't come in. I'm just about to eat. Oh, no. You. You should come in. Now. Uh, I mean, uh... Please, would you come in? Oh, dear. Well... I... I suppose I'll... Come in. Hee hee hee. Uh... Oh. Take a seat. Sit, sit. It's almost ready. Ich seh so die Falltür auf dem Boden. Where are you, Hänsel? Also, das sauberbe Brussier. Da ist die Falltür. Und da ist wahrscheinlich... Der Hegel dafür. Ähm. Ich glaube, ich kann auch nicht viel anderes machen, als da hinzugehen. I can't. Dann. Yes. Stupid child. K, k, k. Huh? Ähm. What was that? Äh... Oh, ho, ho, ho. This old house. Never mind that. Let's eat. Let's eat. There you go. Hee hee hee. Nice and... And comfy. And delicious. Wah. Wah. Yeah. Two. I got two. Hoo, hoo, hoo. Hee hee hee. Oh, da ist schon ein Knochen. Is good it? Hansel? Is that you? How did you know my name? And you're okay. Oh, I'm so relieved. Okay? Relieved? Are you crazy? We're doomed. Doomed. Hansel, just doomed. Oh, nice. Get a hold of yourself, boy. But, but... She... She... She's going to... She's going to... E... 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 Nein? Hansel? Gegessen? Von der Hexe? Das glaube ich nicht. Wie geht's dir, Hansel? Und wie geht's Grete? Anscheinend nicht mehr so doll. So... Are you doing okay in here? We're going to be... E... 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 Why would I be okay with that? I'm just... Trying to comfort you. Kind of. Kind of not so well. But I will get us out. Oh, yeah? Well, to tell that to this guy next to me. Rede nicht so über Grete. Nein. Dein Papa macht sich Sorgen um dich, weißt du? Äh, als sie ins Haus reinkam, da hattest du gerumpelt. Irgendwelche Ausprobleme. If it helps you feel any better, your Pa is very worried about you, you know? Is he coming to save us? Ah, well... No, not exactly, but... Oh, jeez! Then we're doomed! Doomed! Hm. Thanks for the vote of confidence. Das war immer. Ähm, als sie hinzu reinkam, da hat es so gerumpelt. Hansel, when I came into the house, there was a big bump. I... Heard you coming in. I... I... I was trying to warn you. How did you do that? It really made a noise. Shook the whole house. Oh, I just kicked that support beam over there in the center of the room. It gets bumped hard enough, you see? It shakes the upstairs level. Hm. I do see. Interesting. Hm, das muss man nicht sprechen. Irgendwelche Ausbruchsbebenen. So, what plans do you think you have for escaping? Don't you get it? We're trapped. Trapped! Hm. And doomed! Ah, jeez Hansel. Calm down. We're not doomed. It's okay. I'm sure I can figure something out anyway. Oh, 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 oh. So, ähm, ich schau mich nachher nach dem Fluchtweg um. I'm going keep looking around for a way out, okay? Oh, okay. Ist da nicht irgendwie... If you say so. Ist hier nicht mal eine Maus lang gerannt? Hatte ich mir das nur eingebildet? Vater? Keine? Okay, okay, ähm, wir müssen hier raus. Seltsam. Ich dachte, es funktioniert. Nope. Too far... Hier ist die Luke. I think that's our best way out of here. If we can ever get out of this cage... Okay. Also, ich kann ja die Volltür aufmachen, den Schlüssel durchfallen lassen und dagegen treten. Ich hoffe, wie wehle geht. Oh, gute Idee. Vielleicht kann ich die Trapdoor von hier aus operieren. Die Schlüssel sind nur oben, also ich kann vielleicht auch sie durchlaufen lassen. Mal sehen. Oh, liebe. Das war nicht so wie planiert. Die Lever ist verabschiedet. Also, zumindest in dieser Weise kann die Witch nicht mehr die Trapdoor benutzen. Ja, und wir auch nicht. Gut, ähm, das war's mit meinem wunderschönen Plan, mit dem Anna ruiniert hat. Aber gut, wir schauen mal in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.